In die Playlist, das geht ja mal voll nicht. Bleibt mir vom Leib. Beide, ihr Schurken. Danke. Beide tot. Geht doch, so. Puh. Die dritte Creeper-Explosion heute. Was geht denn? Und ich überlebe sie. Wie? Normal bin ich immer gleich tot auch. Creeper? Nö. So. Wollte ich mich gerade noch über die Musik aufführen, dass es mal gar nicht geht, weil ich es hier in der Playlist habe. Muss ich mal ausselektieren, ne? Die dann neu abspeichern. So. Nehmen wir den einen Kohleblock mit. Oh, oder die 3, die 4, die 5, die 6. So. Raus. So. Jetzt habe ich hier die Kohle auch mal mitgenommen. Ein paar Schreckmomente gehabt. Ah, die Rüstung hält sich. Gut. Nach der Tour darf ich mal eine neue basteln, glaube ich. Oder wenn ich wieder mal auf Tour gehen sollte. Das Eisen nehme ich auch mal gepflegt mit. So, ein Diamantschwertchen wäre cool. Da hätte ich ein bisschen mehr von. So. würde es sich ein bisschen länger halten. Ach, jetzt gehen mir schon wieder die Fackeln aus. Die Fackeln habe ich hier schon verbraten. Und nicht nur mal. Da, 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 da. So. Mich wundert es, dass ich überhaupt so viel Kohle sammle, was ich hier Fackeln hinsetze. So. Hol ich die Kohle hier aus der Decke. Muss ja sein bei dem Fackelnverschleiß, was wir hier haben. Nein. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. So, 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 so. Von hier aus dürfte ich ja rankommen, so. Haben wir hier auch mal wieder ausgeleuchtet. Ich bin zu Wort, Kark. So. Ich habe hier permanent Angst, dass hier gleich wieder was ums Eckgeschießen kommt. So. Da sieht es gut aus. Pfeile haben wir sechs Stück. Immer schön, immer schön, immer schön. So. Die erste gemachte, neu gemachte Spitzsacke ist auch gleich hin. Nicht nur mein Schwert. Und mein Schwert hat schon gewaltig darunter leiden müssen. Für das, dass ich es extra für diese Aufnahme gebastelt habe. Was haben wir denn hier? Schönes. Ich höre Zombies. Und das gefällt mir nicht. Oh, hier war ich schon mal. Wann bin ich denn hier lang? Hau mal dich halt ein bisschen, so. Ich weiß nicht, wann ich hier durchgekommen bin. Echt. Echt kein Dunst. Da oben geht es ja weiter. Und da geht es weiter. Dann gehen wir mal hier lang. So, bei dieser dramatisch spannenden Musik. Obwohl mir gleich die Ohren wegfliegen von. So. Noch einer. Hat jemand Mut gegen mich anzutreten? In einem Battle. Eins gegen eins. Nein, da mache ich jetzt nicht auf. Oder? Bin ich heute so lebensmüde? Verrate es mir, oh edle Spitzhacke. Bin ich heute so... Ja. Okay. Bin ich heute so crazy und mache das mal. So, Blöckchen. Ja, mit dir. Spitzhacke. Nehmen wir gleich mal eine neue zur Hand. Nicht, dass ich mich hier mit Hand und Fuß hier durchhämmern muss. So. Immer dieses Auf und Ab hier. So. Ist das jetzt eine neue Schlucht oder immer noch die alte? Ich habe keine Ahnung. So. Schwertchen zur Hand. Da unten geht es dann auch noch weiter. Hier sabbern irgendwo immer noch Zombies rum. Wo gehe ich denn lang? Wo gehe ich denn lang? Hier mal eine Fackel hin. Da noch eine hin. Da wundere ich mich, dass mir die Fackeln ausgehen. Wenn ich so verschw... Ah. Schlucht. Was erlauben? Schlucht. Ist er groß. Ist er grande. So. Ist er weg, Herrmann. So. Weg mit dir. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Und dir. Und dir. Und natürlich auch dir. Und dir. So. Bam. Kurz mal hoch teleportieren. So. Kohle. Ich habe mal eine schöne Aussicht. Muss man zugieben. Oh. Oh. Das hätte mein Tod sein können, wenn der getroffen hätte. Ich glaube, ich verpiesel mich mal hier. Ich muss sowieso mal wieder zurück ein paar Sachen ablegen. Und dann ist mal Höhlenforscherei mal wieder fürs Erste fertig. Würde ich jetzt mal behaupten, weil... Wird euch mittlerweile auch schön langsam langweilig werden. So. Ich muss da ein bisschen Abwechslung reinbringen, finde ich. Weil sonst wird es schnell öde. Und das will ich nicht. Und die Höhle rennt uns ja nicht davon. Hoffe ich mal. Und die erforschen wir schon noch. Und die Spalten auch noch richtig. Das richtig viel Spaß macht. Und nicht nach zig Stunden so. Oh. Er ist endlich in der Spalte. Oh. Er ist endlich durch. Sondern. Mal. Das ein bisschen. Das ein bisschen. Nur ich weiß nicht mehr, wo ich langen muss. So. Hier rüber. Einfach mal so auf Verdacht. Ich hoffe, hier ist der Ausgang. Nö. Genau in der Sackgasse gelaufen. Und ich dürfte hier ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein. Ich habe hier was zischendes Fallen gehört. Schock. Ach. Das Gold habe ich gar nicht mitgenommen. So. Noch mehr Gold. Eine Goldorder. Was für eine. So. Jetzt ist Schluss mit der Übeltäterei hier. Hier ist alles so, so, so verwirrend. Wenn ich hier an da am Boden die Fackeln platziere, finde ich auch nicht mehr raus. So. Hoppala. Nein. Fuck. Nee, nee. Hier mache ich Fahrstuhl. Hier. Hier will ich nicht. Kein Bock. Komm. Jetzt muss ich aber hier mal rauskommen. Wenn es wieder dasselbe Loch hinterläuft. Dann drehe ich durch. Nee. Das ist ein anderes. Na super. Ich muss zugeben, ich verlaufe mich immer schnell mal gern in Höhlen. Vor allem wenn ich selber spiele. Wenn ich irgendwo zugucke, dann kann ich mir die Wege merken. Das ist irgendwo ein Phänomen. Von mir zumindest. Und dann suche ich und suche ich tausend Jahre lang den Ausgang. Bis ich ihn endlich mal finde. Mein Problem ist, mir kommt nichts mehr bekannt vor. Hier ist Cobblestone drüben. Ich glaube, das hat andere Begründungen. Ja, da wollte ich rüber. Oh man. So. Jetzt könnte ich mal was fressen. Ich finde nicht mehr zurück. Maßlos verlaufen. Da hoch. Da oben war ich doch vorhin. Ich höre hier jemanden. Und es gefällt mir nicht. Bin ich nicht von hier irgendwo gekommen? Vielleicht von hier? Jetzt laufe ich da schon wieder rein. Das gibt es ja nicht. Da hüpft ein Creeper. Toll. Jetzt stöhnt mir ein Zombie ins Ohr. Ich check hier nicht mehr durch. Bin ich nicht irgendwo runtergefallen? Könnte das sein? Also ich einmal ein bisschen tiefer gestürzt bin. Ohne dass ich es wollte. Ohne dass ich es wollte. Das war die natürliche Lichtquelle. Ich laufe im Kreis. Ich drehe durch. Ich kacke ab. Ich traine Infektiv. Ichتهg. Ich traine Instink excuser. Ich traine misst lasst.